Und... Ja, 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 ja! Ja, mein Lieblingsspiel! Jo Leute, Brotus wieder am Start, nur für dich! Natürlich für euch alle und ich werde heute mit der neuen Echo Hawk spielen, die einzig neue DLC war, für die jetzt endlich in BO4 drin ist. Gerne auch wieder neue Kommentare schreiben, die ich in den Videos benutzen kann. Und hier ist sie, die Echo Hawk Doppellauf heißt sie. Ist ein vollautomatisches Sturmgewehr, größte Munitionsfeuer der Klasse mit verbesserter Schadenswirkung. Sie feuert aus zwei Läufen, das heißt sie feuert quasi immer zwei Kugeln gleichzeitig. Ach, da sieht man die zwei Läufe ja direkt. Wir haben bisher, dank dem Matthias, schon ein paar Aufsätze. Danke nochmal für den Account auf jeden Fall. Das hier wird unsere Klasse, ich wünsche euch ganz viel Spaß, auf geht's! Wollen wir doch heute mal versuchen, die Streaks zu erreichen? Alles klar, Digga, ich hab alles verstanden. Also liebe Leute, so sieht das Ironside aus. Und so hört sie sich an. Meine neue Lieblingswaffe, Digga. Na komm, wird schon mal eine neue Lieblingswaffe. Bin ich davon überzeugt. Ja, hä, er spielt sie auch? Ne, er spielt Peacekeeper. Du hast halt im Nahkampf gefühlt absolut keine Chance mit der. So keine Chance, so keine Chance, so keine Chance. Jawoll! Alter! So, rennen wir mal durch, komm. Ich trau mich. Ha, hier oben? Jawoll. Ganz einfach ist das hier. Ich will jetzt vergleichsweise einmal kurz die Peacekeeper hier haben. Die ist halt so viel besser, alter. Krass. Aber ihr kennt mich. Ich werde jetzt hier mir das zur Challenge machen, das, oh Gott, oh Gott, das irgendwie zu schaffen, die Streaks zu erreichen. Junge, wieder One-Shot. Okay, da habe ich auch ein bisschen Aim gechokt. Aber die hat halt so eine geringe Feuerrate. Dafür hat sie ultra viele Kugeln im Magazin. Also, aim assist, komm. Gib mir, gib mir einfach alle Kills, die ich kriegen kann. Hier außen kommt der jetzt safe lang. Wenn er nicht hier langkommt, 10er. Ich wusste es, ich wusste es. Okay, Level 6 schon mal. Vielleicht haben wir jetzt einen neuen guten Aufsatz bekommen. Ich trau mich. Die müssen von hier links kommen eigentlich. Die sind im Spawn. Oh Gott, er ist schon hier oben. Und ich habe maximal Glück gehabt. Nein, 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 nein. Come on. Da ganz hinten kämpft er im Spawn. Ich klau mir jetzt ganz, ganz fix die Marken. Ich bin so lahm, was das Movement gerade angeht. Alter. Guck dir mal. Ey, gut, dass der... Alter. Gut, dass der gar keine Hände hatte, der Gegner. Wir haben alle Streaks. Einfach gemacht. Erste Runde. Ey, lol, Junge. Also, die hat ja unnormal den Rückstoß einfach auf Range. Also, du kannst ja gar nichts mit anfangen. Können wir da jetzt mal reinrennen direkt? Und auf Nuklear gehen oder so? Ich mache einfach jetzt mit der Nuklear. Ganz easy, Leute. Komm, hauen wir mal alle Streaks raus. Hier, die ist auch schon raus. Oh Gott. Oh Gott. Heilung. Komm, ich mache das jetzt. Ich hole mir den noch. Der kommt halt hier auch nicht wieder. Dann bin ich wieder derjenige, der vorsprinten muss. Ey, die Runde läuft aber gerade unnormal geil. Wahrscheinlich, weil ich auch schön in der besten Zocker-Pose bin. Das hier wird nichts, oder? Oh. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp, Junge. Na, Mann. Jetzt das einnehmen. Nachgeladen. Und... Wehe, die spawnen jetzt nicht hier irgendwo, wo ich sie holen kann. Ich haue mal noch die Hellstorm raus. Schneller, schneller. Hier runter. Ist mir egal, wie viele wir kriegen. Hauptsache, wir kriegen überhaupt was. Ey, die Lob... Die Lobby ist aber auch erst... Wow, wow, wow. Ist erst halb vorbei. Junge. Wehe, die campen jetzt hier. Oh, ich kriege über die Panik. Solange die hier nicht irgendwo in der Nähe campen, alles easy. Wir machen halt so viele Kills. Wir haben jetzt schon 20 zu 3. Ist die jetzt doch gut, oder was? Das war ja lächerlich. Naja. Dann würde ich sagen, haue ich jetzt den Spezialisten raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hund, nein. Oh. Go, go. Geht einfach nicht. Reiniger. Hier unten, hier unten. Was war dem? Ich sehe den anderen nicht. Komm wieder. Ich habe so viel Munition. Bitte. Ja. Oh, Leute. Ich... Ich habe keine Hände damit. Das war's für Sie. Das ist wirklich seit langem und die unkonstanteste Waffe überhaupt. Der ist halt maximal da am Campen. Ne, ne. Nicht mit mir. Okay. Hier in Spawn nochmal, Leute. Ich wechsle mal schnell hier auf die... Auf die Friedensstifter. Einfach, weil die im Nahkampf echt besser ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Überall. Das wäre... Es war der Turn-On. Heute doch. Ich weiß, im letzten Video war es keiner. Aber der war... Man kriegt das selber so im Nahkampf auch voll selten mit. Ob das jetzt 100% ein Turn-On war, ob man angeschossen wurde oder nicht. So, Digga. Nochmal rein. Komm. Einfach, diese Waffe ist so am Shaken. Ich komme nicht drauf. Klar. Und dann hat er auch noch diese... Also, das ist im Vergleich dazu ein kompletter Laserstrahl. 100%. Ja, ja. Machen wir trotzdem alles easy. Mein Movement. Komm her. Komm. Einmal aus der Hüfte. Easy. Mehr, mehr, mehr. Ich gucke so auf mein zweiten Bildschirm und sehe ihn da so. Alter, der Aim-Assist ist ja nicht mehr normal auf Konsole. Du kleiner Frechtax. Da war ein easy Sieg mit 32 Kills. Kann man auf jeden Fall lassen. So, für die erste Runde war das schon ganz gut. So, wir haben noch bestimmt jetzt langer Lauf. Das hört sich schon mal gut an. Und es gibt dann auch noch den Griff. Den werden wir in diesem Video safe noch bekommen. Gesundheit. Oh, da ist eine Mutter böse auf ihren Jungen. Wenn mir irgendwie jemand übersetzen kann, was sie so labern, gerne in die Kommentare. Ja, aber im Nahkampf, die stinkt halt einfach gegen alles ab. Allein der Rückstoß. Guck mal, die Kugeln gehen halt irgendwo hin. Du schießt quasi um die Gegner rumrum. Rumrum. Rumrum, Alter. Oh, komm, komm, komm. Geile Scheiße. Hat mich übrigens auch unglaublich gefreut, dass das VMP-Video so nice bei euch angekommen ist. Wow. Das ist ein neues Level von Campen, oder? Zu zweit, sich covern da auf dem Boden liegend alles. Wer es noch nicht wusste, die VMP ist ja jetzt auch im BO4. Und ich habe damit am Donnerstag ein Video hochgeladen. Also könnt ihr gerne noch hier bei der Infokarte direkt auschecken, falls ihr Bock drauf habt. Weil... Ich kann so verkaufen gehen im Nahkampf mit der Waffe. Die ist einfach viel zu schlecht dort. Nahkampf, Fernkampf. 10 vor 10 diese Waffe. Mega. Ist das normal, dass das so krass unscharf wird? Aber wir werden noch abgehen. Ich werde Ihnen jetzt nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Alter, er hat auch gefühlt... Er hat alle Tarnungen, die es gibt, oder? Alle. Und ich werde das Rotpunkt draufhauen, um ein bisschen den besseren Überblick zu haben. Und dann geht es jetzt einfach nochmal aufs Einsatzteam. Weil... Warum nicht? Bitte nicht, bitte nicht. Aber ihr kennt mich ja. Ich bin ja auch nicht jemand, der dann einfach so aufgibt. Oh, meine Augen. Nein. Ich kann nicht mehr. Gut. Und bald ist schon wieder der Nikolaus da. Jawoll. Ich muss einfach irgendwelche blöden Weihnachtslieder singen. Dann läuft das ganz von alleine. Selbst alle anderen DLC-Waffen, die sich auch aus den alten CODs, BO2, BO3 und so, zurückgebracht haben, sind ja absolut besser. Oh nein, oh nein. Einmal kurz die Saug... ...wenn das sonst nicht geht. Warte, warte, warte. Guck mal. Wie viel einfacher es ist. Wir haben den Griff. Perfekt. Ja. Oha, oha. Warte mal. Es ist zwar immer noch scheiße. Ich mach das jetzt. Ich bin bereit. Nein halten. Der Kollege... Er kommt hoch, er kommt hoch. Ja, geschafft. Selbst, wenn ich weiß, dass er kommt, hab ich bei der Waffe gar keinen Plan, ob ich halt den Kill kriege oder nicht, weil die halt so random ist. Schieß. Schieß. Oh, gut, dass die low waren. Ich hab den Outrider. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Sterben. Oh. Oh, jetzt vielleicht. Einmal Glück in meinem Leben. Ja. Yep. Oh. Da ist noch einer. Nicht nur einer. Krieg ich die? Kämpf dich tot mit eurem Brot. Äh, was? Oder kommt noch viel mehr. Nein, nein. Ich mach die halt echt alle kalt. Äh, oh, da kommt er schon. Oh, oh, oh. Da bin ich halt direkt mal weg. Oh, jetzt. Jetzt wird's kritisch. Die spawnen hier, die spawnen hier. Hab ich? Bitte nicht. Bitte lass mir Glück. Bitte. Ah. Und. Ja, 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 ja. Äh, lol. Ich fass es nicht. Was hab ich grad getan? Hau ich euch sofort raus, Leute. Kein Problem. Ich will nochmal gucken. Oh. Der weiß jetzt, wo ich bin, wa? Wenn ich das, wenn ich den kriege. Er traut sich nicht. Okay, da kam vier auf einmal. Das kannst du nicht machen. Der muss jetzt einmal ganz schnell das Einsatzteam raushauen. Ich glaube, es hackt, Digga. Hey, 25, 6. Let's go. Come on, come on, come on. Auch wenn ich jetzt im Nahkampf... Geil. Ich bin absolut glücklich gerade. Meine Performance lässt nichts zu wünschen übrig. Jawoll. Jawoll, Junge. Sind wir noch mehr? Können wir, können wir machen. Ey, diese Waffe. Auf einmal kann sie was, oder wie? Ich bin so happy gerade. Einmal up and spawnen. Wie direkt? Oh. Oh. Oh, lol. Digga. Lol. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer... Die Runde ist perfekt. Absolut nice. 37 kills schon. Und ich bin schon wieder 1 vor. Dann warte kurz. Alter, komm. Hier, hier, hier. Einfach reinhalten. Reinhalten wir eben. Heilung. Warte, warte, warte. Ihr kommt wieder hier. Er weiß, dass ich hier bin. Ich muss hier hoch. Ich habe noch mal alle Streaks. Ich schwöre euch, ich habe gerade noch mal alles gemacht. 41 zu 6. Die Gäte sind schon gequittet. 7er KD. Ich glaube nicht, was hier passiert ist, Alter. Die Killcamp, die war so göttlich. Noch mal einmal gerade zusammen genießen. Müssen wir einfach. Klar, ich habe auch defensiv gespielt, weil was sollte ich anderes tun? Und dann, wie viele? 1, 2 und noch mal 3. Ich hätte mir gerade nichts Besseres für diese Aufnahme wünschen können. Liebe Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die AN94 sehen wollt. Und gerne einen lustigen Kommentar so noch. Hier kommt ihr zu meinem Instagram. Einfach Max Schillig eintippen. Oder in der Beschreibung den Link anklicken. Am schnellsten geht einfach immer App öffnen. Max Schillig eingeben und fertig. Gerne folgen. Habt noch einen schönen Tag, liebe Leute. Hier kommt ihr zur VMP-Video. Oder hier, glaube ich. Macht's gut. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Alter, was ging denn jetzt gerade? Alter.